ja jetzt bin ich wieder groß also ja da habe ich schon geschaut genau gut dann frage ich mich gibt es in der Flusswald Röhr wurde wie ich es lieber nennen das habe ich ja praktisch schon ausgeraubt das ist jetzt hier noch die nehme ich mir glaube ich gleich mal mit ich glaube ich jetzt eigentlich ja ich hab kaum Gewicht dabei ja ich würde sagen da kann man hacken Leute hacken ist gut so ich würde mal sagen der Part ist dann also der Teil ist dann vielleicht mal Moment das ist ja urgeil geht das jetzt einfach so weit ich habe nämlich nichts gemacht jetzt aus dem einen mal gesagt das ist mache und seitdem läuft es von ganz alleine meine Holzfäcker meine Holzfäckerachst meine Holzfäckerachst weiß eben was sie tun soll oh ok gut jetzt ist es aufgehört dann mache ich gleich mal weiter ähm ja wie gesagt ich werde jetzt ich glaube ich bin jetzt mit meinem Röhrwurt Checking fertig wobei ich natürlich noch nicht mit allen Leuten geredet habe was ich mich schon blöd finde hm vielleicht rede ich mal mit dem betrunkenen Typen noch ja jedenfalls größtenteils habe ich dann fertig ähm der Wind hat gerade das Fenster zu geblasen das ist irgendwie ja ich werde sie noch schnell verschauen was sie fertig zu tun gut das trifft sich dass er jetzt gerade fertig ist jeder dieser Möte der Typ den habe ich schon abgejagt hier ist noch mehr Feuerholz da geht es raus aus Silberwurt und da ist dieses Segelmühle jetzt würde ich noch gerne mit dem Hot reden wenn der nicht wiederum irgendwo auf unterwegs ist so Moment jetzt kommst du mal du dran betrunkener nein nein passt schon das war ja ok wisst ihr was ihr kleine Kinder genau und gibt es ihnen wer bist denn du aha ja ähm äh was sehe ich so aus ist würde ich jetzt hier jede Frau anmachen oder so das war eigentlich echt nicht in meinem Sinn aber ja hier habe ich jetzt eigentlich auch schon den Düsseln ja ich werde sie mal so Zeug sammeln eben wegen dem schau gleich mal nach was sie zu machen genau zu dort fressen jetzt erst mal wieder oh jetzt habe ich einer von den Falkenfedern verschwendet so Vampirstab habe ich auch schon in der ganze Menge Anfälligkeit für Magie auch verdammt da immer wieder selber eine runtergekommen ist der Ort da und die rot hallo 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 weißt du wo es ist hallo das finde ich toll aber ich will jetzt wissen wo hat es ist wo ist tschüss hat 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 ich glaube ich weiß wo er ist ich glaube ich weiß wo er ist da wollte ich ihn auch rein in den schlafenden Riesen wird es noch mal genauer anschauen weil das letzte Mal weißt du was ich hab deine Mutter umgebracht ha 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 und sei nicht zu netzen naja da ist ein Alchemielabor so wie funktioniert das jetzt genau also Giftresistenz also wenn ich einfach einmal sowas nehme jetzt nochmal sowas und dann nochmal sowas und jetzt sag ähm herstellen dann macht es genau das was ich will aber für Unsichtbarkeit brauche ich nochmal einen einen zweiten sozusagen ja ja aber so funktioniert Alchemie anscheinend sehr gut so man ja hier gibt's dann ja was ist da noch drin eine Kiste komplett leer eine Kiste die komplett leer ist du kommst schauen dass ich da anstelle gell aber der Kleiderschrank ist auch leer das heißt mach mir bitte die Türe auf liebe Frau ok hallo ja ganz genau ich war das boah ist Volkren mach ich besser mal die Tür zu ah ja ja passt schon passt schon ich klau naja vielleicht doch hm ja das sollte sich lohnen hier ein Zimmer zu mieten dann kann ich fett Wein saufen man boah das Bett sieht auch geil aus so Uhr auf hm ja dann ich betreibe dich aber mit dir danke jetzt kann ich sie in Ruhe ausrauben ah was gehst du jetzt mal tschüss stopp stopp ok weißt du was ich will schlafen ok und du wirst mich auch schlafen lassen du weißt nämlich nicht dass ich in der Arbeit bin und überhaupt kein Schlaf brauchen so jetzt steht sie nicht mehr da was war jetzt nein das ist mein Zimmer hallo hallo kann ich auch nochmal mit euch reden nein danke das ist so schnell nein ok ja ich bin immer noch der Tane was ja ok ich bezahle halt 13 Goldstücke so ein schöner Mist das schöne Geld was ich geklaut habe ach ja nimm einfach mein Geld weg ok und lass mich in Ruhe ja ich will echt nicht ja ja genau das mache ich so ja das trifft sich eh gut weil da will ich jetzt nichts weiter machen in Weißlauf ich gehe nur schnell runter zum Eingang ich finde das so geil die kommen da nicht drauf ich habe ja diese eine die Mutter von ihm umgebracht und sie kommen nicht drauf so Moment was ist jetzt eigentlich mit meinem Feuerholz das will ich aber schon noch verkaufen irgendwie oder was damit da ist dieser blöde Fürstinnenstein für den ich einfach drauf gegangen bin der ist Prinz des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs natürlich der gilt nicht als durch und durch böse was ja schon mal was recht gutes ist alles regnet so ich bin wieder da Leute nein nicht euer Ernst oder aber ... ... ... ... ... was war das so ein Mist warum haben die auch eine Stahlrüstung an ehrlich mal Leute da wären wir jetzt in Zweihänder schon echt nett recht echt nett recht so naja aber dann da bin ich schon drauf vorbereitet was das bedeutet warum bin ich jetzt wieder da ich wollte doch nach Flusswoll bin ich schon so bekannt ja das ist aber nicht wahr denn ich falle nur über die ja über alle er hat die es drauf anlegen ich glaube ich bin eine Stufe aufgestiegen ist kann ich mir wirklich ab und für den Kampf da gibt es der Fall und Bogen sind einfach geil verstehst du so ich sage mal diesen bezahlten Raufbeulten hallo ich mache mal einen Tod ich mache mal einen Tod Moment neue Stufe der Punkt geht gerade noch das ging sich gerade noch aus und zwar verstärke ich gleich mal ein schnellerer Angriff oder was macht das zusätzlicher Blutungsschaden machen wir uns einfach mal einfach mal doch fresse Mann das hast du davon tot so jetzt nehme ich das erstmal alles mit hallo bis auf den Stahlläuf gut dann wäre das mal wieder geklärt nein das finde ich aber ungut zwei Eisenschilder warum hat der zwei dabei Kontrakt Stahlrüstung da 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 oh ja und jetzt schleiche ich mal oder ich gehe so Wache du hast keine Leichen da gesehen ich weiß nicht was die dort machen die sind einfach plötzlich da gelegen so da ist mal das Handelskonto aber ich schätze mal ich muss warten bis am Tag damit ich da rein gehen kann und dann hoffe ich dass es soweit ist dass der Typ neues Geld hat denn wenn nicht muss ich auch noch nach vorne bis zu diesem ja andere neben gehen bis zu dem Schmied würde ich sagen ja hallo Leute ja was habt ihr zu verkaufen ja ja das ist schon klar aber was nein naja ich kann ein bisschen was von mir verkaufen und dann schneller laufen so das soll sich ausgehen oder immer noch zu viel nein ich werde sicher nicht ich werde sicher nicht unterbieten da müsst ihr jetzt leider durch jetzt gehe ich im Zeitlupentempo und ich glaube ich sage mal Tschüss Fürsten Erste